Heute mal direkt ohne Ansprache ein ganz persönliches und direktes Video zum Thema Wie schaffe ich das eigentlich alles, was ich alles schaffe? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation, mal um die äußere Ordnung, mal um die innere Ordnung. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich persönlich immer sehr über ein neues Abonnement. So, jetzt aber aus aktuellem Anlass zu dem heutigen Thema. Und zwar geht es darum, dass ich relativ oft in der letzten Woche gefragt wurde, sag mal, wie schaffst du das eigentlich alles? Es sind gerade Eisheilige, es ist total bescheuertes Wetter. Ich fluche hier rum wie ein Rohrspatz. Ja, ich bin nun mal in Schwaben aufgewachsen. Da ist das so, also wenn sie mich auch bei der Arbeit erleben, fluche ich wie ein kleiner Berserker. Aber ich werde nicht aufgeben und das ist das Wichtigste. Und ich habe Kinder, ich bin alleinerziehend, ich habe einen Haushalt zu schmeißen. Ich bin selbstständig, selbstständig in Deutschland. Das wäre alleine ein eigenes Video wert. Ehrlich, vergessen Sie es. Deshalb ist dieses Video jetzt auch relativ offen, ehrlich und persönlich. Das heißt, ja, ich habe 85.000 Trilliarden Millionen Aufgaben. Gebe ich ehrlich zu, da geht es mir nicht anders als Ihnen. Mein Leben ist nicht so, dass ich mich abends zu Hause um 17 Uhr hinsetze, meinen Computer ausmache, sage, super, jetzt hast du das letzte Video geschnitten. Perfekt, dann kannst du jetzt ja Feierabend machen. Nein, ich bin natürlich per se irgendwie, das merken Sie ja auch, ein eher Energiebündel nennt man so Leute, glaube ich. Ich habe, wie so ein Duracell-Häschen manchmal hinten so ein Rädchen, was man aufdrehen kann. Ja, ich drehe das selber auf. Und jetzt kommt es aber. Dieses Wochenende steht eine große Familienfeier. An letztes Wochenende war schon eine große Familienfeier. Mein nächster Urlaub ist irgendwann mal in ein paar Wochen. Und ich habe dann so festgestellt, okay, eigentlich hast du jedes Wochenende was. Dann hast du ja noch trotzdem hier vor mir direkt steht, liegt ein Stapel Bügelwäsche. Natürlich hat man das alles. Aber, und jetzt verrate ich Ihnen meinen Geheimtrick, der das überhaupt schafft. Und das ist jetzt nichts Neues für Sie. Es ist das kleine Wörtchen Nein. Jetzt denkt sich der eine oder andere, ja super, super Frauordnung, ganz toller Tipp. Das habe ich ja schon eine Million mal gehört. Eigentlich kann ich das Video jetzt ausmachen. Ja, Sie können das Video an dieser Stelle ausschalten, wenn Sie es auch verstanden haben. Wenn Sie verstanden haben, was ich damit meine und was die ganzen anderen Menschen, die Ihnen sagen, lernen Sie endlich mal Nein zu sagen, was Sie damit meinen. Nein bedeutet nämlich auch zu sagen, nein, liebe Kinder, ich will jetzt nicht mit euch spielen. Nein zu sagen bedeutet, nein, ich räume die Küche heute nicht auf. Nein zu sagen bedeutet aber auch, nein, du wolltest die Bügelwäsche noch fertig haben und du setzt dich jetzt nicht auf dein Sofa und guckst einen Film. Du bügelst erst fertig. Sie dürfen Nein zu so vielen Dingen sagen, Sie können Nein zu Arbeit, zu Freizeit, zu sich selber, zu Hobbys, zu Angewohnheiten, zu schlechten Ernährungsgewohnheiten, zu allem Möglichen kann man Nein sagen. Man muss es nicht. Das Spaßige am Leben ist doch herauszufinden, wann Sie Nein sagen sollten und wann besser nicht. Wenn Sie jetzt denken, das sei eine Erlaubnis zu sagen, nein, die Frau Ordnung hat gesagt, ich muss heute nicht zum Sport gehen. Ne. Sie dürfen ruhig zum Sport gehen. Es war keine Erlaubnis, den Sport ausfallen zu lassen. Aber das ist tatsächlich der Schlüssel zum Glück. Trauen Sie sich wirklich Nein zu sagen. Und zwar gehen Sie doch, selbst wenn es nur heute Abend ist, gehen Sie mal ganz bewusst, gefühlt jeden Schritt, den Sie tun, jede Aufgabe, die Sie machen, alle Gedanken, die Sie haben, überlegen Sie da wirklich mal, mache ich das jetzt für mich, mache ich das für jemand anderen oder mache ich das, weil ich Lust drauf habe. Und wenn Sie irgendwas für andere tun, wo Sie selber drauf gehen, das ist die Geschichte mit der Sauerstoffmaske aus dem Flugzeug, hilft Ihnen niemand, wenn Sie sich verausgaben, wenn Sie das absolute Opfer und den Superhelden spielen und alle anderen sind total glücklich und Sie selber gehen drauf. Das hilft niemandem. Das hilft wirklich niemandem. Und irgendwann bezahlen Sie den Preis dafür. Deshalb dürfen Sie ruhig Nein zu anderen Menschen sagen, wenn Sie sagen, ganz ehrlich, ich kann immer. Und ich habe das in den letzten Tagen so oft gehört, dass die Leute dastehen und sagen, ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann immer. Ja, dann zieht euch raus. Nehmen Sie sich raus. Macht eine Pause. Sagt wirklich, weißt du was, ich habe mir am Wochenende eine Million Sachen vorgenommen gehabt, aber ich lasse es bleiben. Ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und dann überlegen Sie sich natürlich auch, was füllt denn diese Batterien, was füllt denn diesen Akku auf? Wenn Sie Lust haben, eine dreistündige Wanderung am Sonntag zu machen, dann machen Sie eine dreistündige Wanderung am Sonntag. Wenn Sie sagen, ich muss das alleine machen, ich habe aber irgendwie Kinder, besorgen Sie sich eine Kinderbetreuung, was auch immer. Deshalb, kurz und knapp, nutzen Sie wirklich das Wörtchen Nein. Auch ich kann das nur wiederholen und echt so mantraartig prägen Sie sich das ein. Es hilft Ihnen wirklich weiter. Egal, ob Sie Mann sind, ob Sie Frau sind, ob Sie berufstätig sind, ob Sie selbstständig sind, ob Sie Hausfrau sind. Es ist völlig wurscht. Glauben Sie einem alten Ordnungscoach wie mir, wenn es um das Thema Ordnung geht und dieses Mal wirklich im Inneren, aber auch Nein sagen, hilft ungemein dabei, die Ordnung beizubehalten. Und wenn ihr andere Themen in den Videos sehen wollt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich freue mich immer über irgendwelche Kommentarvorschläge. Ich schaue, dass ich das tatsächlich alles einarbeiten kann. Die nächsten Videos stehen bereits an. Und jetzt wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß beim Stöbern durch die weiteren YouTube Kanäle. Und auch dazu sagt ruhig mal Nein. Macht mal eine Pause von diesem ganzen Social Media Kram. Wo auch immer, man kann das Nein so vielfältig interpretieren. Hauptsache, es tut Ihnen oder Euch gut. Darum geht es, weil wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben nur dieses bisschen Zeit, was uns bleibt. Aber es geht per se darum, dass es Euch gut geht. Nicht auf Kosten anderer. Aber denkt da ein bisschen drüber nach. Und deshalb ein kleines Plädoyer für das riesengroße Wort Nein. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.